So, geht's doch. Fahnschuss. Echt? Leute, zwei Leute passen hier noch an. Ah, komm, egal. Ich hab dir das einmal helpiert, Cracky. Der Tiger. Hast du schon geschickt? Ja, hör mal, ich bin... Okay. Dann stell ich mich mal hin, hinter den Baum. Produktiver Mate, hab ich gehört. Nice, Allah. Hey, da kommt die Hand, du hast rechts von uns. Beziehungsweise von Pyro aus links. Heißt die Wand dann? Ich mach dir schon einfach mal provokant weiter. Wenn du ihn durchkriegst. Komm zu dir. Ne, leider nicht, und sie hat Ruine auch noch. Och ne. Wow. Gut. Aber... Ähm... Quacky, ich glaub, du müsstest gleich mal spielen. Mach ich, mach ich. Nein. Oh. Quacky muss sich grad im Pool reinsetzen. Weil wir... Hä? Hä? What the heck? Die Runde läuft richtig. Die Runde läuft richtig. Äh, Quacky, mach mal ein bisschen Lack bitte. Weil, ja... Ja, also... Es sieht... Du hast Raben um dich, ne? Ähm... Leute? Ja. Hey! Mach dir umsonst. Lauf! Mach... Mach was! Ui, du willst mich holen. Aber nicht Fieden. Aber nach der Runde bin ich auch raus, ne? Schade. Außer, die wollt jetzt abholen kurz, dann... Außer, die wollt jetzt abholen kurz, dann... Oh, ne! Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hab, aber... Okay, never mind. Sie hat's nicht... Ich hab's geschafft zu... Achtung! Ich hab's geschafft zu... Dead... Dead Harden gegen die Wand... Und sie hat den Schluss einfach... Ich nicht. Ich hab'n Pool. Ich hab zu Dead Harden gegen die Wand. Du gehst hier in Pyro? Bitte? Achso, ich seh's nicht. Ich hab' vor mir nen fetten Haufen Holz. Hm... Ich renn mal zu Pyro. Zruinen nervt mich ein bisschen. Die Zruinen mit? Naja. Hast du mehr rausgefunden als ich? Ne, ich wollte... Ich wollte... Ja, auch. Wieso bist du so schnell für... Ich frag' nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ihr trifft deine Wahl hat? Oder hat der noch schnell erwähnt? Nö. Gut, jetzt schon. Gut. Ach, als ob. Auch noch. Mann, richtig Spaß. Hier hat der alles. Hallo! Achso, Entschuldigung. Ich hab' gehoben. Danke für's heilen und tschüss. Kriegst du an meinen Sandikasten. Cool. Ich werd' den... Ich werd' den eh nicht mehr einsetzen können. Also von daher. Hier, bitteschön. Sind wir eingesetzt. C, C, danke. So, ich hab' auch noch nen Jen fertig. Sie ist weg von hier? Ich hab' ein Problem. Erzähl. Was liegt dir auf dem Herzen? Es kann sein... Ich komm' zum Jen? Oh, sie hat aufgezehrte Hoffnung. Ah, ne. Ah, ne. Sie geht's. Ich hab' auf dem Berg. Sie guckt. Sie ist auf dem Berg. Sie ist auf dem Berg. Gewesen. Nö. Ich mach' ruhig. Kurz auf dem Berg drauf. Also, wenn du jemand bist mit einer Achse in der Hand, dann ja. Oh, Meister. Es war aufgezehrte Hoffnung. Hm? Hm? Doch, wir waren neun Shot. Ja, aber... Sie kommt bei sich, glaub' ich. Hab' ich so ganz leichtes Gefühl, Quirky. Mhm. Ruhin ist immer noch da. Sie ist wieder auf dem Berg. Sie kommt zu euch rein. Oh! Peirky, du machst wieder dein Ding da bei der Check. Fuck, Alter. Sie ist weg von mir. Sie hat keinen Bock auf mich. Ich weiß, sie kommt auf mich zu. What the... Das find' ich jetzt gemein. Die hat keine Lust auf mich. Kann ich verstehen. Handlos und verhören. Nichts so sympathisch? Oh mein Gott. Nee, man kann sich nicht unterhalten. Cracky, willst du die wiederhaben? Du kannst sie gerne auch ohne Rückenwiedergabe behalten. Sie kommt andersrum. Ne, gar nicht. Sie ist am Schrank gewesen. She is with me. Eingeschafft. Juro, ich mach jetzt vorne am Hügel nach. Den müssen wir ja bitte heilen. Vorne am Hügel. Hier, genau, vor dir. Rechts von dir. Bin ich noch. Und da. Ja. Das will ich immer noch nicht weg. Juro, wirst du hin. Lol. Als ob sie mich trifft. Ah! Ah nice, aber ihr habt noch Gins gemacht. Sehr schön. Ich geh mal Cracky holen. Winn ist immer noch aktiv, ne? Hat die Barbecue? Weiß es nicht, aber sie geht gerade relativ in die Mitte rein. Ich glaub, sie wär straight zu mir gegangen. Hm. Ich glaub auch. Sie ist mehr oder weniger um dich rumgelaufen. Hm. Dafür bekommen Besuch. Oder? Ich hab mich grad vor... Ne, wir sollten nicht hier sein, weil du be- One-Shotter wirst, sonst. Okay, hier ist ne Palette. Hier können wir. Achso, doch. Er ist angehettet, ja. Bitte darf ich noch, danke. Mach den Gen schnell weiter. Oh. Also Madeleine verfolgt mich. Hier vorne ist eine. Ein Gen. Ne, tut sie nicht mehr. Ist egal. Hab den Gen durch. Schön. Ist mir egal, dafür sterbe ich. Warte, können wir direkt zu Genacho weitergehen? Leute, wie war das? Mit dem Gen? Komm, geh mal so ein Noco weiter. Äh, mit der Runde? Die hat euch eh alle gesehen. Ja. Okay. Hey, wo bringt sie mich hin? Da guck. Vielleicht komm ich mal voll alleine runter. Nee, passt ja geil. Das könnte jetzt ganz katastrophal enden, was ich grad hier gemacht hab. Für ne Scheiße. Hast du jetzt gesehen, dass du den... Oh, bitte nicht. Oh Scheiße. Ja, hat's dir aber anders. Ja, hat's dir aber anders. Trifft deine, äh, BT. Oder auch hast du auch... Ich hab versucht... Scheiße. Ich hab versucht, sie abzudenken. Mal sich zu euch zurück. Mal sich zu euch zurück. Ah, nee, das war kein Glück. Das war Skill, das Notchul das Instant gefunden hat. Nee, nee. War... Pyro weg, weg, weg. Oh, du. Alter, hab ich grade geintet. Wer du holst. Wo ist denn die Olga? In, ähm... Kilaschek. Ah, Schek. Geht weg. Weg, 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 weg. Was ist das hier für ein Verein? Da mach ich den... Ingenieurwohner. Oh, nee. Mein Heiler ist weggelaufen. Da war ganz nett, sympathischer Typ im Sunnykasten. Äh, ja. Äh, wenn die Hand füsst... Ich hab nur noch ein bisschen, aber... Okay, wir machen das. Wir sollten uns aber nicht auf die offene Fläche stellen. Ja, ich... Oder Pyro stellt sich davor. Ach, Mann. Geh doch weg. Okay, tschüss. Wir hätten einfach ein Jen machen müssen jetzt in der Zahne. Es war richtig dumm, dass wir... äh, Pyro. Hm? Ach, du bist ja auch... Ach, mein Jöt. Mei. War da in der Nähe bei dir ein Jen? Ja. Mach schon. Geht mal da hinten hin. Ich versuch sie hier auf der Seite abzulängen. Äh, du läufst hier in die Arme, ne? Ja, ja. Oder? Setz den Plan. Oh, lol. Du, wo war der denn? Hier. Oh, ne. Ja, ein bisschen weiter vorne, genau. Der, ja. Rechts sitzt du. Ähm. Hallo. Hattest du mich jetzt? Ho, hab ich ein Glück. Ich hab den Jen. What the fuck, Cracky? Cracky, du hast sie doch noch, ne? Ja. Cracky, hole alles raus, was du kannst. Äh. Also, ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber... Hä? Wo denn? Oh, vor mir. Wie soll. Oh, nee! Nein. Lass mir Ruhe. Seid ihr bei dem Berg gewesen? Ja. Ich. Warum seid ihr denn nicht zusammen? Weil ich nicht wusste wo. Red ist halt... Alter. 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 Oh, nee. Ich bin in... Ja, ja. Ich hab sie. Ich hab sie. Oh, der Pool, der macht mich so heiß. Der Pool, der macht mich so heiß. Oh, nein. Hüte dich nicht ab. Wenn ich wüsste wo der ist, würde ich da hin. Oh, okay. Ich mach hier den auf 99. Äh. Ja. Hier den. Äh. Oh! Den linken. Ich seh's. Ich guck mal, ob ich zum anderen komme. Nein! Ich bin dumm! Schaffst du es zu einem Ausgang? Mhm. Nicht? Nee. Kannst du mich hier, Dominik? Schnell. Hab ich mehr Überlebenschance als jetzt. Okay. Okay. Oder ich mach zu einer Tock. Nein! Nöt. Nein! I tried! Ich hab alles versucht. Aber ich hab am Ende... War ich... War ich... Zu... Zu... Aufgewühlt, Anna. Aber die würde mich wahrscheinlich jetzt campen. Campst du dich? Äh. Weiß ich noch nicht so genau. Also ich hab auf jeden Fall noch Gesumme hier. Einen hat sie. Gott! Nicht mich. Ist sie bei dir noch? Nehm ich... Nehm... Nehm... Ja. Ah, fuck. Er hätte mich sterben lassen müssen. Wollte sagen. Nehm ich sonst als Bait. So ich raus? Ja, geh raus. Fuck. Doch, die hat sich rumgedreht. Ich hab die Luke. Oh ne. Ja, ich lass mich sterben. Dominik. Du auch, ja? Ja, ja. Ich lass mich sterben. Ich bin sowieso tot. Wie? Ey, das ist ja so dumm. Ich sterb nicht. Wie? Du stirbst nicht. Man kann sie nicht mehr sterben lassen. Ey, Mann. Dass die jetzt ernsthaft... Bitte... Finde... Hat sie dich? Hat sie mich? Sie lag... Sie war halt vor dir. Ach... Schade. Ja. Ey, das kann nicht sein, dass die jetzt... Oh, stopp, die drückt mich zur Luke. Echt? Ja. Na ja, wow. Ich glaub's nicht, aber ich hab tatsächlich einen Pip gemacht, die Runde. Lässt sie mich? Ich glaub, die lässt mich strangle. Ja. Sie lässt mich. Aber du kannst nicht rein, wenn sie drauf steht. Also, ich steh nicht dran. Nice. Hey, thanks. Geil, danke. Herzlichen Glückwunsch zu deiner eine Million. Oh, danke. Voll nett von der. Aber die hat Spaß gemacht. Ja. Mhm. Sehr nice. Der ist ace von euch. Cracky, oder? Ja. 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 Egalieb von der echt jetzt. Ich dachte jetzt echt, ich werd auf... Ich dachte halt, Struggle bringt ja gar nichts mehr. Hey, also sorry, aber no joke. Das ist die erste Runde, wo ich echt sage... Alter, die Person kriegt ein positives Feedback von mir. Wirklich. Wirklich. Wie viel Spaß hattest du? Fünf. Nee, nee, ab der Million geht's nicht mehr weiter. Ähm. Endlich mal wieder Blutpunkte gerastet. Nice. Alter. Ey, Leute. Es ist passiert. Ehrlich passiert. Wir haben einen netten Killer gehabt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Krass. Will einer aus deinem Chat noch mitmachen? Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich will einen Satz auf Deutsch normatikalisch richtig sagen. Nee, ich bin... Also es ist wirklich gerade... Es ist gerade ein Moment für mich, der schon besonders ist. Ne? Hast du doch schon mit deinen 1700 Stunden erlebt. Wir haben... Wir haben... Lasst euch das mal auf die Zunge zergehen, wirklich. Kommt mal kurz... Also wirklich, mal ganz entspannt. Kommt mal, nehmt euch... Legt euch mal zurück ein bisschen, ne? Kreißt ein bisschen die Schultern. Atmet tief ein. Und langsam wieder aus. Und überlebt mal. Wir hatten gerade... Einen netten Killer. Klingt das nicht. Wundervoll, Freunde. Also ich bin sogar kurz davor, meine Resonanz vom Spiel zu ändern. Alter. Ich schrieb mal ab. Hast du mir leid, Flo? Welcher Handwerker meinst du? Oder welcher Handwerker meinst du? Dann kreis nur ein bisschen die Schultern vor. Aber... Das ist, als wenn du dir ein Dextro-Energy auf die Zunge legst. Aber kein normales Dextro-Energy. Sondern Dextro-Energy. Mit purer Liebe drin, weißt du? Und du legst es auf deine Zunge. Lass es ganz langsam zergehen. Und spürst, wie du diese Liebe und diese Kraft aufnimmst, weißt du? Wir hatten einen netten Killer. Da mache ich jetzt ein Kreuz in meinen Kalender. Welcher ist heute? Montag, ne? Ja, gerade noch Montag. Montag. 23.40 Uhr. Neuer internationaler Feiertag. 23.40 Uhr. Ganz großes X. D. B. D. X. Hier. Man sieht gar nix. Perfekt. Das ist, ja. Durch das Licht. Ja. Well, scheiße. Ich hab's dir hingeschrieben. Ja. Cracky, jetzt stell mir vor, du hättest den Chroma Key auf deine Face Game gelegt und jetzt grad ein weißes Buch da reingehalten. Hahaha Hahaha E highlights Mascha W θα den BEL BEL Untertitelung des ZDF, 2020